Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video zum Thema Doppelstockwagen. Und ihr seht es schon, es wird wieder ein TNT, also ein Bastel-und-Laber-Video. Übrigens klingt TNT wie TNT, vielleicht nenne ich das Format auch bald einfach TNT. So, für die meisten Informationen habe ich mein eigenes Wissen reaktiviert und Wikipedia befragt, denn Wikipedia hat immer recht. Wiki sagt über Doppelstockwagen, ein Doppelstockwagen, umgangssprachlich auch Doppeldecker, Doppelstöcker oder kurz Dosto genannt, ist ein Eisenbahn- oder Straßenbahnwagen bzw. Triebwagen mit Sitzplätzen in zwei übereinander liegenden Ebenen. Gegenüber einstückigen Personenwagen können Doppelstockwagen bei gleicher Länge mehr Reisende aufnehmen, was insbesondere auf kurzen Bahnsteigen die Kapazität erhöht. Die baulichen Grenzen sind durch das Lichtraumprofil vorgegeben. Zitat Ende. Das Lichtraumprofil ist kurz gesagt eine Linie, die einen Zug von vorne gesehen umrandet. Dieser umrandete Bereich muss auf der Strecke natürlich freigehalten werden. Liegt ein Tunnel beispielsweise innerhalb des Lichtraumprofils des Dostos, kommt es bei der Einfahrt zum Zusammenprall. Zurück zu den Dostos. Anfang 1992 wurden diese Doppelstockwagen von der Bundesbahn bestellt. Die 75 Fahrzeuge waren für den Raum München bestimmt. Die Bestellung umfasste 55 zweite Klasse Mittelwagen und 20 gemischtklassige Mittelwagen. Beide Bauarten hatten die Türen über den Drehgestellen. Die Wagen waren ein Lizenzbau der Wagen von Schindler für die S-Bahn Zürich, welche auf einem Patent der französischen CIMT beruhen. Die elektrische Ausrüstung stammte von ABB Schweiz, die Drehgestelle von SEG. Ursprünglich sollten die Wagen bei Schindler gebaut werden, aber der Auftrag musste nach der Wende aus politischen Gründen in einen Lizenzvertrag für Görlitz umgewandelt werden. Unmittelbar danach wurden weitere Doppelstockwagen beschafft, dazu auch Steuerwagen. Eine Klimaanlage kam erst 1996 bei Dostos der Deutschen Bahn AG zum Einsatz. Seitdem werden alle Doppelstockwagen mit Klimaanlage beschafft. Bei unklimatisierten Wagen wurden in der vergangenen Zeit Klimaanlagen nachgerüstet. Wagen, die aus dem Deutsche Reichsbahnbestand stammen, wurden bislang nicht mit einer Klimaanlage ausgerüstet. Seit 1997, 1998 werden oft Drehgestelle mit Magnetschienenbremsen eingebaut, sodass damit versehene Wagen für den schnellen Regionalexpressverkehr mit 160 kmh zugelassen sind. Die 1997 eingeführte Kopfform der Steuerwagen ist mittlerweile bei fast allen Doppelstocksteuerwagen zu sehen, sowohl bei Ex-Bundesbahn als auch bei Ex-Reichsbahnsteuerwagen. Die folgenden Kopfformen waren vorher oft anzutreffen. Im Osten so und im Westen so. Die Doppelstockwagen wurden in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt, sodass es zahlreiche Unterschiede bei den einzelnen Bauserien gibt. Eingesetzt werden Doppelstockwagen bevorzugt auf Regionalexpresslinien mit hoher Fahrgastdichte und mittleren bis langen Halteabständen. Doppelstockwagen im S-Bahn-Verkehr werden nur bei der S-Bahn Dresden eingesetzt, auch wenn die schweren Wagen eigentlich eine zu langsame Beschleunigung möglich machen und auch zu wenige Türen haben. Seit Ende 2015 setzt DB Fernverkehr auch neue Doppelstockzüge im IC-Verkehr ein. Diese sollten ursprünglich lediglich bis zur Auslieferung der ICE-4-Triebzüge den alten Wagenpark ergänzen und anschließend an DB Regio abgegeben werden, wenn alle neuen ICEs fertig seien. Doch dann wurde umgeplant. Es kamen noch mehr Fernverkehrs-Dostos hinzu. Um alte Intercity-Wagen modernisieren zu können und die Fahrzeugreserve des Fernverkehrs zu erhöhen, wurden für DB Fernverkehr 135 Doppelstockwagen des Typs Bombardier Trindex bestellt. Die aus jeweils einer Lokomotive der Baureihe 146.5 bzw. neuerdings auch 147, vier Mittelwagen und einem Steuerwagen gebildeten Züge verfügen über je 469 Sitzplätze, davon 70 in der ersten Klasse. Der Wert des an Bombardier vergebenen Auftrags wird mit 360 Millionen Euro beziffert. Die Fahrzeuge werden seit 2015 als IC2 bezeichnet. Die Deutsche Bahn strebte zunächst eine spätere Zulassung für eine Höchstgeschwindigkeit von 185 kmh an. Diese neuen IC-Dostos waren eigentlich schon für 2013 bestellt worden. Der Auslieferungstermin wurde aber mehrfach verschoben. Bombardier begründete die Lieferverzögerung mit der Zulassung durch das Eisenbahnbundesamt, in deren Rahmen mehrfach zusätzliche Nachweise gefordert worden seien. Anfänglich gab es auch auf bestimmten Streckenabschnitten mit neu geschliffenen Schienen Beschwerden wegen der Schlingerbewegungen der Waggons. Weiterhin kam es in den ersten Tagen zu Ausfällen vereinzelter Toilettensysteme und Wagentüren. Es gab auch vielfach Kritik, wie zum Beispiel ein zu geringes Angebot an Stellfläche für Reisegepäck, geringerer Sitzkomfort oder das Fehlen eines Bistro- oder Speisewagens. Die gezeigten Doppelstockwagen sind aktuell alle noch im Einsatz. Und das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, diese kurze Zusammenfassung hat dir gefallen. Hier noch einige Bilder von Bastelvorlagen, die du auf meiner Website kostenlos herunterladen kannst. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Viel Spaß! Auch wenn der IC2-Steuerwagen noch nicht in diesem Video zu sehen ist, ein FlexiVent-Partner ist bereits mit dem Design beschäftigt. Du findest also bald den TwinDex auf der Website, ebenso wie den alten und neuen Steuerwagen und verschiedenste Bauarten der Mittelwagen. Bitte teile das Video und mir mit, wie du dieses Format findest. Ich arbeite noch an Verbesserungen. Vielen Dank und bis bald! Und bevor ich es vergesse, noch einen ganz lieben Gruß an Jan, der sich dieses Video schon lange gewünscht hat. Danke für deine Unterstützung. Der Dank richtet sich selbstverständlich auch an meine Partner, die mir seit Neuestem auch Bastelvorlagen zukommen lassen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ein Film von FlexiVent Papierwelt Mehr Informationen auf meiner Website. Link dazu in der Beschreibung. Du findest dort ständig neue, kostenlose Downloads sowie die Möglichkeit, mit mir persönlich über Wünsche bezüglich FlexiVent zu schreiben. Bitte abonniere meinen Kanal und sieh dir das neueste Video an. Bis bald! Uff- 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 Uff-